ja hallo michael ich bin entsetzt wieder mal was ist moment schon leute ist es geht jetzt über michael dieses video aber es wird ja hoffentlich auch an michael was ist ich muss mal kurz wieder durchführen ist es nichts passiert du hast die 50 euro spende noch nicht bezahlt 150 euro am hand ist auch offen du hast vorhin wieder diesmal ein total wirklich nur lang schwachsinniges video gemacht da irgendwie dass der an dich das suchen soll aber gleichzeitig sagst du dass du da am rathaus bist und genau was ist du hast du nicht bei mir gemeldet dass das mit mit der erklärung für die erbschaft oder für die erklärung das kannst du auch mir sagen oder wenn du mit mannig reden willst mit der erklärung von der sache warum die frau reingebracht hast ja obwohl du ja gesagt hast dass das letzte ist genau also soll ich mal jetzt kurz frage ich bin wirklich entsetzt das ist immer noch nichts passiert ist vor allem dass du dieses schwachsinnige video gemacht hast ja und du wolltest sowieso keine videos machen jetzt sowas also unglaublich unglaublich ja unglaublich